Wuhuuuuh! Metal-Ude! Währenddessen werde ich jetzt noch gegen, äh, werde ich noch Carbador zoomen. Aber allzu lang wir, äh, eh, eh nicht mehr Zeit haben. Nein. 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 Ich auch. Nein. Nein, ich seh ein Pokémon, ich seh ein Pokémon, ein spezielles Pokémon. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Es hat geklingelt. Moment. Bingo, Ding, Ding, Ding! Okay, jetzt ist etwas ziemlich Ekelhaftes passiert. Ich weiß nicht, ob das im Stream jemand gesehen hat. Soll ich gleich mit Kuchen anfangen? Sobald euer Gegenüber sieht, dass ihr euch Mühe gebt, zaubert ihm das ein klein Pimmel ins Gesicht. Hilfe! Was? Konntest du ihm über den Reiter Terrorate beitreten. Dieses Terrorate hast du gerade so witzig gesagt, Bro. Du hast keine Aussprache. Sag einmal Computer. Kai, was sagt denn eigentlich deine Freundin dazu, wenn du von Waifus sprichst? Die weiß das nicht. Das sind doch nur Wörter, die ich hier von anderen Leuten... Ihr habt mich erwischt! Alter, den ich umgerutzt! Das sah witzig aus! Das ist nicht passiert, oder? Ich hab mal Huhn erschossen und will da hin und will das Huhn nehmen. Da kommt ein Vogel und nimmt das Huhn mit. Das ist gerade nicht passiert, oder? Die alte, die kotzt mich so an. Kann man ihn denn irgendwie wegwerfen oder so? Oder in einen Fluss werfen oder sonst irgendwas? Jetzt ist der Tag der hier. Schatz, ich rede nicht von dir. Ich rede von dem. Wir können keinen Busch kaputt fahren. Okay. Einfach aus Beton, Alter. Und fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Holy shit! Jetzt pass auf, jetzt geht die Gitarre los. Was? Was? Ist der klein? Nein, der ist groß. Meiner ist nämlich klein? Meiner ist groß. Meiner ist sehr groß. Okay. Das ist jetzt schlecht, ne? Ja. Okay, wir müssen jetzt survivaltechnisch da rangehen. Meine Kühlscheiben sind ein Witz. Meiner ist groß. Ist der echt? Verpiss dich. Oh no. Mein Spiel ist gecrashed. Komm, komm, komm. Dein Spiel ist eh. Richt mich alle auf, ne? Ja, Kopfteckscheide PC. Ja, hab ich. A few inches later. Mein Spiel ist gecrashed. Perfekt. Hast du gecrashed? Ja. Instant Karma. Hör halt auf, mich zum Lachen zu bringen, du Blödmann. Oh, das ist unfair. Das ist unfair. Okay. Du Arschloch. Ach man. Jetzt muss ich mit dir lachen, du blöder Mix.